Hallo und herzlich willkommen beim ersten Boss aus dem Gramm des Saggeras. Es handelt sich hierbei um Goros. Es ist ein relativ einfacher, also ein sehr angenehmer Einstiegskampf und ich bin sicher, jede Gruppe wird den nach ein paar Versuchen garantiert bezwingen. Gleich mal vorweg zum Kampf selbst. Wir haben hier diverse Fähigkeiten, welche wir dodgen müssen. Dafür stehen uns die sogenannten Höllenstachel zur Verfügung. Die habt ihr gerade im Hintergrund gesehen. Das sind diese Zacken, welche aus dem Boden schießen und dort kann man sich dahinter verstecken, wenn der Boss diverse Fähigkeiten einsetzt. Eine dieser Fähigkeiten, die jetzt ein einzelnes Ziel betrifft, also wir müssen unterscheiden zwischen Fähigkeiten, die für alle gelten und eben Fähigkeiten für einzelne Ziele, ist der zerschmetternde Stern. Das war jetzt nicht ganz richtig von mir gespielt, denn wir gesehen haben, ich habe den Stern nicht durch die Höllenstachel fliegen lassen. Hätte ich das gemacht, wäre der Schaden wesentlich geringer gewesen. Also macht das bitte richtig. Stellt euch hinter die Höllenstachel, wenn ihr den zerschmetternden Stern habt, damit sich hier der Schaden reduziert. Denn der Schaden geht nicht nur auf euch, also ihr könnt hier nicht nur den Cooldown nehmen, sondern der Schaden geht auf die gesamte Gruppe. Das nächste ist eben dieses höllische Brennen. Das wird eingesetzt, wenn der Boss volle Energie besitzt. Das bedeutet also, wenn er volle Teufelsenergie hat, das passiert mehrmals während des Kampfes. Und da muss sich der gesamte Raid, auch die Tanks, alle hinter diesen Höllenstachel verstecken, um diese Fähigkeit zu dodgen. Also um davon selbst keinen Schaden zu erleiden. So, das waren jetzt schon zwei der Kernfähigkeiten, wo man ein bisschen aufpassen muss. Es gibt da noch eine Fähigkeit, das ist ein bisschen tricky. Und zwar handelt es sich hierbei um diese krachenden Kometen. Das bedeutet, es werden zufällige Spieler im Raid anvisiert. Die bekommen also ein grünes Leuchten unter sich und anschließend schlägt dort ein Komet ein. Jetzt ist aber ganz wichtig, damit darf man nicht zu den Höllenstacheln. Das ist eine Fähigkeit, welche die Höllenstacheln zerstört. Und dann, wenn die nächste Ability kommt, haben wir praktisch keine Stacheln mehr zur Verfügung und vipen dann an dieser Fähigkeit. Also es gibt eben Fähigkeiten, wo wir die Höllenstacheln einsetzen müssen, wo wir uns dahinter verstecken oder den Schaden damit reduzieren. Und dann gibt es noch zwei diverse Fähigkeiten, die die Stacheln einfach zerstören und somit tötet uns dann der nächste Einsatz der Fähigkeit. Das ist auch mehr oder weniger hier die einzige Möglichkeit, wie man vipen kann, indem jemand einen Spieler, einen Mitspieler oder vielleicht auch man selbst hier eine Fähigkeit falsch ablegt. Generell gilt es auch, ihr seht hier diesen enorm riesigen grünen Kreis. Also es gilt aus den diversen Effekten immer rauszulaufen, die Kometen immer schön rauszutragen. Aber wenn ihr den Stern selbst habt, das ist das, wo es einen einzelnen Spieler betrifft, dann stellt ihr euch hinter einen dieser Stacheln. Also das sind so mal die Kernfähigkeiten des Bosses selbst. Noch ein kleiner Hinweis, der Boss besitzt auch einen Enrage, der ist zwar sehr, sehr weit hinten, aber theoretisch kann dieser aufkommen. Also ein bisschen Schaden solltet ihr auf jeden Fall dabei haben. Und wie schon gesagt, Single-Target-Schaden ist hier ganz, ganz wichtig. Vielleicht auch noch ein paar Worte zur Aufstellung. Also wir können uns hier in dem Raum frei positionieren. Also der Boss macht jetzt keinen Klief nach vorne oder sonst was. Das bedeutet, es können sich die Spieler hinstellen, wie sie möchten. Wichtig ist nur, nicht zu nahe an den Säulen und nicht zu weit weg. Also es muss jederzeit möglich sein, wenn man eben einen Kometen hat, dass man den nicht zu den Säulen trägt. Das Ganze hat einen relativ hohen Einschlagspunkt. Das ist ein bisschen größer als der angegebene Kreis am Boden. Also da ja nicht zu den Höllenstacheln stellen. Und ansonsten eben, wenn die Fähigkeit eingesetzt wird, ihr seht das eh, das kann man eh super timen, weil wenn der Boss natürlich volle Energie hat, gibt es auch noch einen ewig langen Cast, dann heißt es für euch, ab hinter die nächste Säule. Es macht auch keinen großen Unterschied, ob es eine ist oder mehrere. Also wichtig ist nur, dass man dahinter steht. Die Säulen absorbieren hier keinen Schaden. Also es können auch alle Spieler, wie es bei uns gerade der Fall war, hinter einer Säule stellen. Das ist soweit überhaupt kein Problem. So, switchen wir mal vielleicht zu die Tanks. Die Tanks bekommen natürlich diverse Debuffs, müssen sich hin und wieder dem Boss absporten. Und was noch ganz wichtig ist, die Tanks bekommen auch die sogenannte brennende Rüstung. Dieser Deepuff hält relativ lang und was noch viel schlimmer ist, er zerstört auch die Höllenstacheln. Das bedeutet also, speziell für die Tanks, stellt euch nicht zu nahe an die Höllenstacheln, denn ansonsten weibt ihr damit den Wait. Weit genug wegstehen, in sicherer Entfernung. Und zwar soweit, dass ihr noch rechtzeitig bei der Fähigkeit, wenn die Fähigkeit eingesetzt wird, wenn der Boss volle Leben hat, nicht volle Leben, sondern volle Energie natürlich, wenn der Boss volle Energie hat, dass ihr noch rechtzeitig hinter die Säulen kommt, aber während des Kampfes eben nicht zu nahe dran stehen, denn ansonsten werden die Höllenstacheln zerstört. So, und dann ein letztes Mal noch zusammengefasst, ganz einfach, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Die Höllenstacheln schützen uns eben vor dem Brennen und reduzieren den Schaden des Stirns. Also, das ist ganz wichtig, das kann man nicht oft genug erwähnen, das ist einfach die Key-Mechanik des gesamten Kampfes. Und ansonsten gilt es mit allen anderen Fähigkeiten, Safety first, bleibt bitte von den Höllenstacheln weg, zerstört diese nicht für die Mitspieler, vor allem auch für die Tanks. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eben mit ihren diversen Debuffs, auch wenn sie sich hin und wieder abspotten und der andere dann eh frei rumlaufen kann, stellt euch nicht zu den Stacheln und das gleiche gilt auch für alle Mitspieler, welche von diesen grünen Kometen anvisiert und anschließend getroffen werden. Also, man hat immer genügend Zeit hier zu reagieren, reagiert, spielt den Boss sauber runter, dann kann hier mehr oder weniger gar nichts schief gehen. Das Ganze beginnt immer in gleichen Abständen, das bedeutet also, ihr seht jetzt eh das Brennen, wenn die Energie voll ist, der Stern visiert zufällige Spieler an, dann lauft da weit genug weg, stellt euch, je höher der Schwierigkeitsgrad wird, stellt euch dann so hin, dass auch ruhig mehrere Höllenstacheln getroffen werden, damit sich der Schaden hier merklich reduziert. Bei den höheren Schwierigkeitsgraden haben wir es gemerkt, also da müssen schon zwei Säulen oder mehr getroffen werden, denn ansonsten kann der ganze Rate daran weiten. Also, das ist auch etwas, was sehr, sehr kritisch ist. Jetzt im Hintergrund seht ihr nochmal, auch wenn der Rate schon mehr oder weniger down ist, also ihr könnt auch die letzten Prozente noch ohne Probleme bei dem Boss runterzergen. Es ist jetzt nicht so heilintensiv, da kann man auf jeden Fall noch was machen, solange man die Mechaniken einfach sauber runterspielt, die Höllenstacheln spawnen eh immer wieder. Also, auf die Positionierung achten, keine Stacheln zerstören und dann sollte der Boss überhaupt kein Problem sein. Und so, das war dann ein angenehmer Einstieg, wir laufen gleich weiter zum nächsten Boss. Ihr findet auf der linken Seite eingeblendet unsere Playlist zu alle Bosse. Klickt da mal drauf, zieht euch auch die anderen Bosse rein. Wenn es noch irgendwelche Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.